Musik Schon viele Sonden haben in der Vergangenheit die Planeten des Sonnensystems besucht. Voyager 1 und 2 reisten bis zu den äußeren Planeten und darüber hinaus, Cassini besuchte den Saturn und Juno den Jupiter. Nun soll ein völlig anderer Himmelskörper erforscht werden, der näher ist als gedacht. Die Mission BepiColombo soll den Merkur besuchen und ihn von diesem Jahr ausgehend, 2018, in sieben Jahren erreichen. Am 20. Oktober ist die Sonde erfolgreich vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana gestartet. BepiColombo ist das bisher umfangreichste und ehrgeizigste europäische Projekt zur Erforschung eines Planeten im Sonnensystem. Die Mission besteht aus zwei Sonden, die den Merkur umkreisen werden. Einmal den Mercury Planet Orbiter, MPO, und den Mercury Magnetospheric Orbiter, MMO. Wie der Name des Erstrons schon sagt, wird sie die Oberfläche des Planeten erkunden, während der MPO, die andere Sonde, die Magnetosphäre, also das Magnetfeld des kleinen Planeten, genauer unter die Lupe nehmen wird. Da es auf dem Merkur unglaubliche Temperaturunterschiede zwischen Tag- und Nachtseite gibt, befinden sich beide Sonden an Bord des Mercury Composite Spacecraft, MCS, welches die beiden Sonden nicht nur mit Energie versorgt, sondern diese mit Hilfe eines speziellen Schildes vor den hohen und ultraniedrigen Temperaturen schützen wird. Im Orbit, um den kleinsten der Planeten angekommen, werden die Sonden in Kombination nicht nur das Planeteninnere erforschen, sondern auch die genauere Beschaffenheit seiner Oberfläche sowie der Magnetosphäre. Insbesondere soll mit einem sehr feinen Instrument namens MERTIS, einem Radiometer und thermalen Infrarotspektrometer, im Infrarotbereich nach gesteinsbildenden Mineralien gesucht werden, um so genauer die Geologie des Planeten verstehen zu können. Das Laseraltimeter Bela wiederum soll den Astronomen Informationen über Rotation, Höhenunterschiede und Beschaffenheit der Oberfläche auf dem Kleinplaneten verraten. Je höher hier ein Landschaftspunkt ist zum Beispiel, desto kürzer braucht der eigens hierfür eingesetzte Laserimpuls des Laseraltimeters, um zur Sonne zurückzukehren. So soll aus vielen Millionen Einzelimpulsen eine komplette 3D-Karte des Merkur erstellt werden. Da der Merkur von einem Magnetfeld umgeben wird, welches etwa 1% des Magnetfeldes der Erde entspricht, wird dieses mit dem MPO, dem Magnetosphäreninstrument, untersucht. Etwa 7 Jahre wird der Weg zum Merkur dauern. Auf ihrem Weg wird die Sonde mehrere Schwungmanöver benutzen und die Erde, die Venus und sogar den Merkur selbst als Beschleuniger bzw. auch als Bremsmöglichkeit einsetzen, um letztlich in einen Orbit um den Kleinplaneten einschwenken zu können. Merkur ist mit seinen 4878 Kilometer Durchmessern nur wenig größer als der Mond. Auf seiner Oberfläche herrschen krasse Temperaturunterschiede vor, da die extreme Nähe zur Sonde dazu führt, dass die Oberfläche auf der Tagseite des Planeten richtiggehend gekocht wird, während die Nachtseite in eisiger Umarmung der Sonnenabstinenz erkaltet. Merkur wurde in der Vergangenheit erst von zwei Sonden erforscht. Mit der NASA-Sonde Mariner 10 wähltet zwei Vorbeiflüge am Planeten gelang, schon vor über 40 Jahren, und der Sonde Messenger zwischen 2011 und 2015. In diesem Sinne, Yggis Kosmos wird den Flug der Sonde natürlich verfolgen. Wie immer erhaltet ihr hier alle Neuigkeiten. Lebt lange und in Frieden! Wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst doch einen Kommentar in der Kommentarspalte, vielleicht sogar ein Like, und wenn ihr mehr Videos dieser Art sehen wollt, abonniert meinen Kanal und unterstützt Yggis Kosmos. Die Debatte wird denấu gut!